Da in unserer ersten Ausstellung das Thema Life-Size-Figuren im Vordergrund steht, bekommt ihr hier nun einen ersten kleinen Einblick in unsere zweite Ausstellung im Maßstab 1 zu 6. Und auch hier wird das Thema Fanart großgeschrieben. Das Thema Fanart großgeschrieben. Teil des Ziele Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020